Aktien 2.0. Der tägliche Ausblick auf Börse und Aktien. Hören und investieren mit Admirals und Analyst und Daytrader Jens Klatt aus Berlin. Hallo, es ist Dienstag, der 21. Februar 2023 und auch heute wollen wir uns natürlich einen Blick auf die Wall Street gönnen, die heute offiziell in die Handelswoche startet. Gestern war ja Feiertag, aber es gibt auch einige Einzeltitel, die einen näheren Blick wert sind. In wenigen Sekunden gibt es die Details. Risikohinweis. Keine daher getätigten Angaben und Informationen sind als Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten zu verstehen, sondern dienen lediglich allgemeiner Information. Es wird hierbei ausdrücklich keine Anlageberatung offeriert. Jeder Handel birgt Risiken. Den ausführlichen Risikohinweis finden Sie in den Shownotes. Nun zunächst einmal die Frage, wo stehen wir übergeordnet? Durch den US-Feiertag President's Day startet die Wall Street, wie gerade schon gesagt, erst am Dienstag in die neue Handelswoche. Nach den diversen Makro-Events ja in der vergangenen Woche zur Inflation, aber auch den Erzeugerpreisen und den Einzelhandelsumsätzen, die alle für einen restriktiveren Geldpolitischen Kurs der FED gesprochen haben, ist sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq weiter wirklich stabil und haben sich hier einer Korrektur entziehen können. Und es bleibt jetzt abzuwarten, ob es dann früher oder später im Falle des S&P zu einem Push in Richtung bzw. Fall unter die 4000er Marke kommt, vielleicht mit etwas zeitlicher Verzögerung oder es stattdessen eine Attacke auf die Augusthochs um 4300 Punkte zu sehen gibt. Spannend werden mit Sicherheit die am Dienstag vorbörslich veröffentlichten Zahlen von Walmart. Wir werden uns der Aktie in den kommenden Tagen hier natürlich noch im Podcast detailliert widmen, aber bereits jetzt sei erwähnt, dass Walmart als eines der weltweit umsatzstärksten Unternehmen ein Big Player im Bereich US-Einzelhandel ist und somit ausgehend von seiner Guidance, also dem Ausblick für die kommenden Quartale, sicherlich auch eine Art konjunktureller Indikator für die US-Wirtschaft. Sollte also Walmart mit seiner Guidance hier, mit dem Ausblick für die kommenden Quartale überzeugen, könnte das das finale Signal sein, dass die FED in der zweiten Jahreshälfte 2023 dann doch keine Zinssenkung auf den Weg bringt und somit eine Korrektur unter die 4000er Marke im S&P 500 einleiten. Schauen wir also mal, was wir dort zu sehen bekommen. Wie bereits hier im gestrigen Podcast auf jeden Fall thematisiert, kommt es zu diesem Fall unter die 4000er Marke, dann wäre erstmal ein sogenannter Retest, also ein nochmaliges Anlaufen der 200-Tage-Linie denkbar. Die verläuft derzeit um rund 3950 Punkte und dann gilt es abzuwarten und mal zu sehen, ob diese gehalten wird können oder eben nicht. Nun wollen wir einen Blick werfen auf diverse Einzeltitel und wollen zunächst beginnen mit DraftKings, ein amerikanischer Anbieter von Sportwetten und Fantasy Sport mit Hauptsitz in Boston in den USA. Das Unternehmen, das ermöglicht Wetten auf verschiedene Sportarten, wie zum Beispiel American Football, Tennis, Basketball, Fußball und weitere Sportarten, sowie eben auch Fantasy Sport. DraftKings vergangene Woche Donnerstag nachbörslich mit Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal und diese konnten sich wirklich sehen lassen. Die Aktie sah einen starken Wochenschluss mit Aufschlägen von mehr als 15%, sicherlich auch geschuldet dem starken Ausblick für das Jahr 2023. DraftKings als Sportwettenanbieter natürlich auch beim diesjährigen Superbowl vertreten, war am Superbowl Sonntag tatsächlich die am häufigsten heruntergeladene Sportwetten-App in den USA, zumindest laut des CEOs und Mitbegründers Jason Robbins. Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres gab DraftKings an, dass der Umsatz bei 855 Millionen US-Dollar lag, eine Steigerung von 81% im Vergleich zu den 473 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2021. DraftKings meldete einen Verlust von 53 Cent pro Aktie bei eben diesem Umsatz von 855 Millionen US-Dollar, beides aber lag über der Erwartung der Wall Street von einem erwarteten Verlust pro Aktie von 59 Cent bei einem Umsatz von 800 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen führte die Ergebnisse auf die zunehmend starke und kontinuierliche Kundenbindung zurück, den Erwerb und das Engagement in bestehenden Bundesstaaten sowie auf die erfolgreiche Einführung seiner Sportwetten und iGaming-Produkte in weiteren US-Bundesstaaten. Jason Robbins, der CEO von DraftKings, der sagte, ich bin sehr zufrieden damit, wie wir das Jahr 2022 abgeschlossen haben, mit anhaltendem Umsatzwachstum und einem starken Fokus auf unserem Kostenmanagement. DraftKings hob zudem, die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 von der im November angekündigten Spanne von 2,8 bis 3 Milliarden US-Dollar auf 2,85 bis 3,05 Milliarden US-Dollar an. Das Unternehmen sagte, seine aktualisierte Prognose entspreche einem Wachstum von 27 bis 36 Prozent im Jahresvergleich. Die Download-Money, so wollen wir sie jetzt mal bezeichnen, zum Super Bowl, die tat dann ihr Übriges und die Aktie stach in Gefilde um die Augusthochs um rund 21,50 Dollar vor. Wer jetzt an einem Investment aus spekulativer Sicht im Bereich Sportwetten interessiert ist, der möchte ein Halten über dieser 22-Dollar-Marke zu sehen bekommen. Ein solcher ebnete dann in den kommenden Monaten realistisch den Weg in Richtung Gefilde um zunächst 27, eventuell 28 US-Dollar die Aktie. Das war DraftKings. Börsenkürzel D-K-N-G. Dann wollen wir einen Blick werfen auf Applied Materials, ein Herrschreller von Anlagen für die Halbleiterindustrie. Auch Applied Materials am Donnerstag nachbörslich mit Zahlen für das abgelaufen Geschäftsquartal und diese Konten ebenfalls überzeugen. Aber nicht nur die Zahlen für das abgelaufene Quartal konnten überzeugen, zudem blickt Applied Materials auch optimistisch in die Zukunft. Und das trotz den immer noch gegebenen Widrigkeiten und dem Gegenwind, den die Halbleiterbranche derzeit erfährt. Schauen wir zunächst auf die Zahlen. Applied Materials wies einen Gewinn pro Aktie von 2,02 Dollar aus. Bereinigt um einmalige Posten lag der Gewinn je Aktie bei 2,03 Dollar. Und erwartet hatte die Wall Street hier einen Gewinn pro Aktie von lediglich 1,93 Dollar. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 6,74 Milliarden US-Dollar. Und auch hier konnte Applied Materials die Erwartung der Wall Street, die bei 6,69 Milliarden US-Dollar gelegen hatte, übertreffen. Was aber vermutlich viel wichtiger ist, besonders für uns als Investoren, nämlich ist der Ausblick für die Zukunft. Und hier ist das Management durchaus optimistisch, trotz Gegenwind im Gesegment Halbleiter insgesamt. Applied Materials erwartet für das zweite Quartal einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,66 Dollar bis 2,02 Dollar bei einem Umsatz von 6,4 Milliarden US-Dollar, was tatsächlich im oberen Bereich dessen lag, was die Wall Street hier erwartet hatte, die mit einem Gewinn pro Aktie von 1,76 Dollar bzw. 6,29 Milliarden US-Dollar Umsatz. Der CEO Gary Dickerson, der sagte im Zusammenhang mit den Quartalszahlen, unsere Widerstandsfähigkeit wird durch unsere starke Position bei führenden Kunden, bei wichtigen technologischen Entwicklungen, Wendepunkten, einen großen Backlog an differenzierten Produkten und einem wachsenden Servicegeschäft untermauert. Nun die Frage, ist die Aktie ausgehend von diesem Ausblick als Investment bzw. als Beimischung im Bereich Halbleiter interessant? Ich muss sagen, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Nachdem die Aktie im Oktober 2022 um rund 70 US-Dollar einen Boden gefunden hat, ist das aktuelle, nennen wir es wirklich Reversal von mehr als 50 Prozent in etwa vier bis fünf Monaten doch bereits etwas, ich will mal sagen, weit gelaufen und ein Rücksetzer, der scheint hier kurzfristig einzukalkulieren. Jetzt allerdings das aber. Sollte sich in den kommenden Wochen eine Korrektur im breiten Markt abzeichnen und sich die Aktie dann dennoch über 110 US-Dollar in der Lage zeigen, stabilisieren zu können, dann ist Applied Materials als Beimischung im Portfolio mit Ziel im Bereich um 130, 140 US-Dollar in den kommenden sechs bis zwölf Monaten durchaus einen Blick wert. Das war Applied Materials, Börsenkürzel A-M-A-T. Und final wollen wir einen Blick werfen auf DoorDash, US-amerikanischer On-Demand-Lieferservice, der Mahlzeiten von Restaurants an Verbraucher liefert. Die Fahrer des Lieferdienstes, die sogenannten Dasher, nutzen dabei ihre eigenen Fahrzeuge oder liefern zu Fuß aus. Für Wartung und Reparaturkosten muss das Unternehmen dabei nicht aufkommen. Also ziemlich innovatives Geschäftsprodukt, Konkurrenz zu Uber Eats beispielsweise. Auch DoorDash am Donnerstag nachbörslich mit Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal und ebenfalls einem optimistischen Ausblick für die kommenden Quartale inklusive der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 750 Millionen US-Dollar, was sich allerdings nicht im Kursverlauf am Freitag widerspiegelte. Dort ist die Aktie richtig abgeschmettert worden, lag auf Schlusskursbasis 7% im Minus. Blicken wir auf die Zahlen. DoorDash wies einen Verlust pro Aktie von 1,65 Dollar gegenüber 68 Cent Verlust pro Aktie, die seitens der Wall Street erwartet wurden, aus. DoorDash führte den unerwartet hohen Verlust für das vierte Quartal auf Belastungen im Zusammenhang mit der Übernahme des finnischen Lebensmittellieferanten Volt zurück und auf aktienbasierte Vergütungen im Zusammenhang mit den Entlassungen im vergangenen November, die zum Abbau von 1.250 Stellen führten. DoorDash wies zudem einen Umsatz von 1,82 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteter 1,77 Milliarden US-Dollar aus und DoorDash gab bekannt, dass die Gesamtzahl der im vierten Quartal ausgelieferten Bestellungen von 27% auf 467 Millionen gestiegen ist, was die Prognosen der Wall Street von rund 458 Millionen Bestellungen hat übertreffen können. Für das laufende Quartal erwartet DoorDash ein Brutto-Bestellvolumen zwischen 15,1 und 15,5 Milliarden US-Dollar, ebenfalls über der Erwartung der Wall Street von 15 Milliarden US-Dollar. Personell gibt es eine Veränderung. DoorDash kündigte an, dass der COO Christopher Payne aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Wird von DoorDash-CFO Prabir Adhakar abgelöst, der mit Wirkung zum 1. März die COO-Rolle übernehmen wird. Wird der CFO postenfrei und diese Position wird übernommen von Ravi Inkunda, DoorDash's Vice President of Finance and Strategy. Aber kommen wir zur Aktie. Eigentlich, möchte man sagen, sind die Zahlen und auch der Ausblick wirklich solide. Und der Abverkauf, der erschließt sich mir tatsächlich nicht. Unterstreicht allerdings dann auf der Kehrseite den charttechnischen Eindruck, den man mit Blick auf die Aktie folgend auf den Ausverkauf über das Jahr 2022 hat erhalten können, vielleicht sogar erhalten muss. Und das Unternehmen ist weiter unprofitabel. Und ich möchte ganz, ganz knallhart sagen, solange sich daran nichts ändert oder zumindest nicht am Horizont wenigstens irgendwo Profitabilität abzeichnet innerhalb eines Ausblicks, ist ein Investment in der Aktie für mich definitiv kein Thema. Das war DoorDash. Börsenkürzel D-A-S-H. Und das war der Admirals-Aktien-Podcast 2.0 heute am Dienstag, den 21. Februar 2023. Denken Sie daran, die Republik kann traden und sie kann traden und investieren. 2.0 mit Admirals. Ich würde mich freuen, wenn Sie doch morgen wieder hier an dieser Stelle reinhören. Verbleibe bis dahin mit einem Happy Trading. Passen Sie auf Ihre Stops auf. Haben Sie sich wohl. Wir hören uns morgen. Bis dann. Das war Aktien 2.0 mit Jens Knatt. Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Neu an jedem Börsentag am frühen Nachmittag.